Wenn sowas anbrennt mal ansetzt, dann der erste Tipp ist, ihr müsst das Gericht nicht wegschmeißen. Rührt einfach nicht zu stark in dem Gericht rum. Wenn man dann vorsichtig, wenn es noch nicht zu lange angebrannt ist, irgendwann geht dieser Geschmack schon in das ganze Gericht rein. Aber sagen wir mal, wenn es nur leicht angesetzt ist, dann nehmt einfach vorsichtig von oben die Zutaten, die da noch sind oder das Eingekochte weg. Das kann man noch verwenden. Ansonsten beim nächsten Mal müsst ihr mehr Flüssigkeit dazu geben. Das heißt also, die Flüssigkeit, in der ihr gegart habt, die war zu dickflüssig. Und dann brennt es unten an. Zweiter Grund ist natürlich, wenn die Hitze zu hoch ist. Deswegen kurz ankochen bei relativ hoher Hitze und dann möglichst schnell, wenn der Druck aufgebaut ist, wieder zurückschalten. Das und vieles mehr findest du auf siebenhauben.com